Guten Tag liebe Leute, willkommen zu Let's Play Together bzw. Versus Hearthstone Heroes of Warcraft Und äh, ja Hier ist ein Trio von Möbius Gaming und ich spiele gegen Dominik von Power Nulls Gaming Also ich nehme das auch gleichzeitig mit auf Ich werde das auf meinem Kanal hochladen und dann halt den Kanal von Möbius Gaming unten rein verlinken Ich denke mal genauso auch andersrum Genau Und klar Viel Spaß beim Zusehen Und viel Spaß beim Zusehen wie Han Trio verliert Ja, mal sehen, ich spiele den Priest, also Ja, dann, dann nehme ich alles zurück Ja, ach Der wurde ja ein bisschen genervt, vor allem seine Superpowerkarte Hier das Mind Control Ding Ja, und der Jäger wurde auch hart genervt Hab ich gesehen Fliegen hier, Hunde freilassen, bla 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 Ach ja, stimmt, diese Kombo, wo man in einem Turn das Spiel gewinnen kann Jetzt wird einfach nur noch, jetzt kriegt der Hand einfach nur für jeden Diener, den der Gegner auf der Hand hat Irgendwie Wer war das noch? Ja, stimmt, ein Einser-Doc Also für jeden Diener, den der Gegner hat Also wenn da vier sind, kriegt derjenige, also der Jäger vier Ein-Einer-Docs mit an Sturm Ah, okay Das bringt zwar nicht mehr so viel, aber Naja Oh, jetzt kommt gleich der Fett raus Näh Toll, eine Kreatur mit vier Sternen Und Verstohlenheit Ja Aber ich denke, du hast ja genug Kielts auf deiner Seite Ja, das ist nicht das Problem Ja, Dosen Vielen Dank Klar Hab mir jetzt den Arsch gerettet Probieren wir es einfach mal Das finde ich gut Ja, jetzt Kann ich nämlich den, Mann Nein Ich kenne doch nur das Schattenwatch mehr Ja, das gibt's auch noch Ja, das ist das Problem bei Kreaturen mit vier Angriff Ich darf da... ja, die liegen halt genau dazwischen Ja, die liegen halt genau dazwischen So, so Okay Mhm, Messer-Genre Klar Der lohnt sich übrigens auch in dem Murloc-Deck Ja Stimmt Hm Hm Ist bestimmt hier mindestens drei... ja Oh, ich hab auch noch einen Ein Grusli-Bär Ein Grusli-Bär Okay, es ist ein Eisen-Pelz-Gusli Hey, du spielst ja auf Deutsch Okay Na So, das sieht doch schon ganz gut aus gerade Mach ich lieber nicht Ich hab... Ich hab... Ich hab... Okay... Ähm... Hm... Hm... Oh... Ich find ja... Ich find ja... Ich find ja... Kart-Draw-Karten total gut Ich hab, glaub ich, jede Menge drin Was machen wir denn? Tja, ich weiß ja nicht, was du auf der Hand hast Hm, ja Ich hab leider... Ne Crap Okay Hm, okay Nein Ah, okay, sie haben's jetzt auch gepatcht Gestern war... Trotz, dass ich das auf Deutsch hab, war trotzdem noch Jobstun Aber jetzt kommt DAS WAS Okay Ich hätte lieber Jobstun Pfff Oh, schön Zeug verschießen Ich... Ich zieh einfach... Nichts Gutes gerade Na gut Zwischen Glück ist natürlich auch mal dabei, ja Hm... I hope you like my invention Jawun, aber Okay Joah... Oh nein Ich glaub ich hab verloren Also sieht's aus Hab's jetzt nicht ausgerechnet, aber Irgendwas... Nö Ja doch Kannst du nicht mit dem Berserker schon angreifen? Nee Okay, war da kein Schlafensding ins... Achso, nee, mit dem hab ich ja den... Das Viech kaputt gehauen Ja Ja Oh, okay Ich hatte überlegt, ob ich noch... Dem bisschen mehr Health gebe, aber... Ja, hm... Ist egal Ja, ich hab eh verloren Ich kann sagen, ich glaub es reicht trotzdem Ich hatte nur... Ich hatte... Komische Karten Ketoroid ist ja eh nicht mein Main-Charakter Nur ich hab halt eben... Aus ner Packung... Ne... Neue Karte bekommen Und die hab ich leider noch nicht gezogen Ja... Gut gespielt Oh, vielen Dank Wollen wir gleich noch einen? Ja Ich glaub so... Zwei hat ihr mich kurz Ja, das stimmt Hm... Sind wir jetzt noch im Gegeneinanderspielmodus drin? Ja, ja Okay Den nehm ich mal Valera... Also... Mh... Mirror Play Ja, siehste... Hm... Hm... Okay... Hm... Hm... Okay... Ich fang schon wieder an... Okay... Okay... Diese Coin... Do... Der.... 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 Ich muss mich noch... Oh, was kommt jetzt? Oh mein Gott! der süße Rapptori und dann dieses süße Meuchel umsonst habe ich als Schurken immer am Anfang dieses was nur eins kostet wie es nochmal hinrichten oder so das macht irgendwie drei Schaden am Helden also am Charakter oh Gott ja nur was mit Stich oder Schlag oder sowas ich weiß es gerade gar nicht hmmm Waffengift hmmm hmmm Tastingo 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 ja der ist cool also das ist mit einer der coolsten Karten die es gibt auch so die Standardkarte glaube ich die jeder mit drin hat das stimmt hmmm die macht mir das am besten hmmm oh ein bisschen Angst machen hier hmmm ich habe ein Fenster ich habe ein Video neig das stimmt das stimmt nicht ähh ok Hm 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 Schau Machen wir soo Zwei Ja Eine Karte ziehen ist immer was tolles Klar So Nicht der Raptor Ich dachte er liebt mich Hm Ich hab eigentlich keinen Bock auf den Torn Torioni Noch so einen, okay Ja direkt mal zwei Ja Ja Hm Wohl Ja doch Machen wir dann so Hier we go Nicht der ein Schaden Nein Na gut, aber dafür kostet es halt auch quasi nix, ne Ja Machen wirs Das Und zwar Der Das Und gleich Kommt wieder der Tostinger Okay So Ich mach immer unten gerne das Lagerfeuer an, das macht mit am meisten Spaß Pff Deutschfächer Weil ich auch lustig finde, wenn du unten auf das Zelt schlägst, ob es das Tiger fällt, wird es später ein Zebrafell Okay Ja In WoW werden die anders gestimmt, wie C-Frau oder so mit C-H-E So ganz komisch auf jeden Fall Aber das weiß ich gar nicht Ich hab äh Insgesamt glaube ich nur ein halbes, dreiviertel Jahr WoW gespielt und das ist auch schon zu gut lang Schiebst du dich eigentlich gar nicht? Näh Näh Ich hatte glaube ich bis jetzt erst einen Spotter, kann das sein Hm Das war der 1-2er Ja Das war gerade mal der 1-2er Oh 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 Wieso das? Boah Ich will mal Aztat verbrauchen Mach nur weil ichs kann Zing Hehehe Ja 3 3 Nur ich und Herr Beiserchen Hä So was könnte ich eigentlich auch mal gebrauchen, diese Klingenfächer, die du eben gemacht hast Das wär jetzt gegen den Hunter richtig OP Ja Ja Da ist er ja wieder Unser guter Freund Ja Ja Taunter sind Nicht unwichtig Also Spottviecher Wobei man da ja ein bisschen aufpassen muss, äh Wenn man 2 ausspielt, kann sich der Gegner ja ausprobieren welchen er angreift Oh Das hätte ich glaube ich anders gemacht Aber obwohl, ne so So gehts auch, stimmt Äh, ok Hm Äh, alles geht kaputt Äh, haha, alles geht kaputt Sooo Um, ja Wie macht man's am besten Also erstmal Auf den Gehen Dann machen wir dann so Äh, mhm, 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 mhm Ok Hier we go Oh Äh, kriegen die den kaputt? Ja, dummerweise schon Na gut Na gut Daher machen wir dann so Natürlich hab ich nur auch ich und Herr Beifelchen Ist doch gar nicht schlecht Aber jetzt ist, ne, du hast nichts mehr übrig Also keine Karten mehr Hm, ok Das Problem ist, klinge das Assassinen kriege ich nicht weg Ich ziehe den Schleim leider nicht Den Schleim, nein, nein Äh Ich glaube, der muss ich tatsächlich mal Assassinen Oh Oh nein Wieso Dieser Messer-Dschungel Den hätte ich auch gerne im Deck Ich glaube, das ist keine Basic-Karte Nee, ist auch nicht Aber das ist, glaube ich, so ziemlich die einzige Goldene, die ich habe Ja, ich weiß gar nicht, müsste ich mal nachschauen Ich glaube, das war's, oder? Ja Hm, ich hab keinen Sportfach Hui, okay, das war schon wesentlich knapper Mhm Herr Schurken ist ja auch meine einzige Stufe Elfer und jetzt Ja, wenn du noch ein paar Karten zusammenkrieß, dann wird das, glaube ich, demnächst noch cooler Ja, ich würde sagen, wir cutten mal, wa? Jo Oh, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss